Hallo liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum 28. Podcast des Klinikums Fürth mit Informationen aus dem Krisenstab im Rahmen der Corona-Pandemie. Mein Name ist Manfred Wagner, ich bin medizinischer Direktor und Leiter des Krisenstabs und alle Informationen, die Sie jetzt hören, haben den Stand von Montag, den 20. April um 19.30 Uhr. Ja, normalerweise beginne ich diesen Podcast ja immer mit einem Update zu den Fallzahlen oder mit den aktuellen Themen aus dem Krisenstab. Heute möchte ich aber ganz bewusst zuerst mal Danke sagen, denn an diesem Wochenende waren zusätzlich zu den Diensthabenden, den Rufdienstlern oder den geplanten Hintergrunddiensten der Abteilungen viele von ihnen, vor allem von den Führungskräften, auch außerplanmäßig vor Ort und sind extra in die Arbeit gekommen, um ihre Mitarbeiter und Kollegen zu unterstützen. Und dafür möchte ich mich im Namen der gesamten Klinikumsleitung für den hoch engagierten Einsatz ganz herzlich bedanken. Jetzt werden sich manche fragen, ja, was war denn eigentlich so viel zu tun? Ja, nachdem wir am letzten Donnerstag die Abstriche von Mitarbeitern und auch von Patienten auf den Stationen, auf denen es zuletzt vermehrt zu Covid-Infektionen kam, veranlasst haben, gab es dann ab Freitagabend die Rückübermeldung der Testergebnisse und die damit einhergehende Erstellung der Kontaktpersonenlisten zu koordinieren und durchzuführen. Und gerade diese Erfassung der Kontaktpersonen ist ein wirklich unglaublich mühevoller und zeitaufwendiger Prozess, um wirklich alle Mitarbeiter in diesen Listen zu erfassen, die mit positiv getesteten Patienten oder Mitarbeitern selbst Kontakt hatten und auch den Umfang des Kontakts festzulegen. Da gibt es Kategorien dafür. Diese Listenerstellung ist auf der einen Seite eine verpflichtende Aufgabe, die das Gesundheitsamt von uns abfordert und die für uns natürlich auch entscheidend ist, um keine Mitarbeiter zu übersehen, die Kontakte zu positiven Patienten hatten und den Virus gegebenenfalls sonst weiter verbreiten. Letztendlich bilden diese Liste die Grundlagen für alle weiteren Maßnahmen aus hygienischer Sicht, die zu veranlassen sind. Und deswegen nochmal herzlichen Dank an alle, die am Wochenende an dieser Listenerstellung beteiligt waren. Aber auch Teile des Krisenstabs waren am vergangenen Samstag und Sonntag nicht untätig und haben sich während des ganzen Wochenendes engmaschig per Telefon- und Videokonferenz sowie gestern Abend dann auch noch mit einem Vororttreffen abgestimmt. Aufgrund der vermehrten Covid-19-Fälle auf den verschiedenen Stationen im Klinikum wurden wir nämlich seitens des Gesundheitsamts aufgefordert, eine schriftliche Stellungnahme zu den Geschehnissen abzugeben. Diese Stellungnahme sollte eine chronische Schilderung der Ereignisse und aller getroffenen Maßnahmen auf den betroffenen Stationen und im gesamten Klinikum enthalten. Als Grundlage hierfür haben wir uns im Krisenstab heute bis spät in die Nacht dann zusammengesetzt und versucht, die Infektionsketten der im Haus aufgetretenen Patientenfälle nachzuvollziehen und aufzulisten und transparent zu machen, an welchen Stellen eventuell eine Virusübertragung stattfinden konnte, um auch aus dieser Situation wieder zu lernen und sie künftig möglichst zu vermeiden. Und so möchte ich mich an der Stelle auch bei allen Mitgliedern des Krisenstabs, die heute Nacht da waren, im Namen von Herrn Krabmann ganz herzlich bedanken. Wie Sie also hören, war es alles andere als ein entspanntes Wochenende und das vielleicht auch für all diejenigen, die auf einen Wochenend-Podcast dieses Mal vergeblich gewartet haben. Ich bin einfach nicht dazu gekommen. Ich kann aber hierzu heute schon mal sagen, wer für das nächste Wochenende eine schöne Geschichte oder einen Text für den Wochenend-Podcast kennt, darf diese gerne über podcast.klinikum-fuerd.de an mich schicken, genauso wie über jede Rückmeldung zu diesem Podcast, über die ich mich immer wieder freue. Nun aber wie gewohnt zu den Fallzahlen. Die Zahl von positiv getesteten Personen liegt in Deutschland inzwischen bei mehr als 145.000, in Bayern bei über 38.200 und auch in Fürth, Stadt und Land ist die Fallzahl auf 681 und damit um 40 Fälle seit Freitag gestiegen. Auch bei uns im Klinikum hat sich die Zahl weiter erhöht. Wir versäugen aktuell 67 positive Covid-Patienten, davon liegen sieben beatmet auf der Intensivstation. Da im Großraum derzeit 164 Patienten stationär versorgt werden, heißt es weiterhin, dass wir ca. 40 Prozent aller stationären Covid-Fälle des Großraums bei uns im Klinikum behandeln. Und aufgrund dieser weiterhin hohen Last in der Versorgung durch die große Anzahl an Covid-Patienten und durch die Erkenntnis der Arbeit am Wochenende haben wir heute im Krisenstab und in einer Sondersitzung der Chefärzte und Zentrumsleitungen der bettenführenden Kliniken folgende Maßnahmen beschlossen. Erstens Verlegung von Covid-Patienten. Wir werden einige Covid-Patienten nach Rücksprache mit den ärztlichen Leitern der Füge K in die umliegenden Kliniken verlegen, um so zu einer niedrigeren Anzahl bei uns im Klinikum zu gelangen. Wir werden diese Verlegung nicht nur einmalig vornehmen, sondern stets in Rücksprache mit der Füge K, die wiederum die Verlegung unter der Berücksichtigung der Betten und Versorgungskapazitäten in den Nachbarkrankenhäusern im Blick haben. Zweitens Abmeldung bei Iwena. Damit wir auch den Patientenzusturmseiten des Rettungsdienstes reduzieren, bleiben wir vorerst wie bereits seit letzten Donnerstag bei Iwena auf Stufe 2 abgemeldet. Trotz dieser Abmeldung haben wir über die Wochenendtage dennoch täglich bis zu 25 bis 40 stationäre Aufnahmen gehabt, die sich durch Selbsteinweiser ergeben haben. Nichtsdestotrotz können wir durch diese Abmeldung direkten Einfluss auf die Patienten nehmen, die uns der Rettungsdienst und die Leitstelle zuweisen. Drittens Einbettzimmer. Um die Infektionsketten durch die Belegung unserer Stationen zu unterbrechen und die Wahrscheinlichkeit einer nosokomialen, also einer im Krankenhaus stattfindenden Virusübertragung von Patient zu Patient zu reduzieren, werden wir bis Ende der Woche eine maximale Belegung der Zimmer mit je nur einem Patienten auf den Non-Covid-Stationen anstreben. Bestätigte Covid-19-Fälle auf den Covid-Stationen können bei Bedarf weiterhin kohortiert werden. Diese Entscheidung haben wir im Konsens mit den bettenführenden Kliniken getroffen, auch wenn dies zunächst bedeutet, dass die Belegung und die Anzahl an insgesamt zu versorgenden Patienten im Haus weiter sinkt. Dennoch tätigen wir auch diese Maßnahme aus unserer Verantwortung heraus, das Risiko der Verbreitung im Haus zu minimieren. Die Umsetzung dieser Einbettzimmerbelegung soll hausweit für Non-Covid-Patienten und Covid-Verdachtsfälle bis Ende der Woche erfolgen. Ja, und obwohl es schon einige politische Stimmen gibt, die die Exit-Strategie für die Krankenhäuser fordern, also dass die Krankenhäuser wieder zum Normalbetrieb übergehen, stellt sich für uns diese aktuelle Situation noch ganz anders dar. Wir müssen nach wie vor mit großer Sorgfalt daran arbeiten, dass wir alle nötigen Maßnahmen zum Schutz unserer Patienten, aber natürlich auch zu ihrem Schutz als Mitarbeiter ergreifen und daran arbeiten wir jeden Tag mit hohem Einsatz. Ja, wie gewohnt möchte ich auch nach diesem turbulenten Wochenende und Tag mit einer positiven Geschichte aus unserem Haus schließen. Unser Team der Intensivstation hat festgestellt, dass auf die Perfusoren, also auf die Spritzenpumpen zur kontinuierlichen Medikamentenverabreichung, dass die oft zu leise alarmieren, wenn sie zum Beispiel leer werden oder ein Fehler auftritt. Und nachdem die Problematik nicht einfach vor Ort gelöst werden konnte, da bei den neuen Geräten in der aktuellen Gerätekonfiguration die Lautstärke nicht verändert werden konnte, wurde unsere Medizintechnik verständigt. Und die hat schließlich einen Weg gefunden, die Konfiguration zu verändern. Hierzu mussten aber alle 138 Perfusoren in die Medizintechnik gebracht werden und einzeln umkonfiguriert. Das war wirklich eine Heidenarbeit, daher vielen Dank an alle, die die Perfusoren an den Bettplätzen ausgetauscht haben, für die Medizintechnik vorbereitet haben und natürlich ein dickes Danke an die Medizintechnik selbst. Das hat super geklappt und es gibt uns die Sicherheit, die Perfusoren trotz geschlossener Türen und nur wenige Mitarbeiter auf den Gängen zu hören. Vielen Dank für die tolle Zusammenarbeit und tolle Arbeit. Ja, in diesem Sinne hoffen wir zusammen, dass die Woche ruhiger wird als das Wochenende. Bleiben Sie gesund und zuversichtlich, Ihr Krisenstab des Klinikum Fürth.